Herr Dr. Armand Jensen, Dr. Schlaf sollte in keiner Therapie fehlen. Ein Thema, das natürlich zweischneidig vielleicht ist, aber das wollen wir heute reden, denn man sagt es ja, Schlaf ist die beste Medizin. Das ist ein Sprichwort, das es gibt, aber es gibt auch Studien, die man gemacht hat, die dann auch belegen, wie wichtig der Schlaf ist. Wenn man zum Beispiel in einer Woche sechs Stunden weniger schläft, wie man sollte oder wie es normal ist, dann kann es gravierende Auswirkungen haben. Sie haben ja in einem Ihrer letzten Vorträge unter anderem eben über die Problematik der Schlafstörung in der Therapie berichtet. Wo liegen die Probleme Ihrer Meinung nach? Ja, also vorerst kann man einmal feststellen, das ist eine jener Weisheiten, die auch wissenschaftlich bestätigt ist. Also Schlaf ist wirklich eine der besten Arzneien, die der Mensch bekommen kann. Und ja, in der Praxis schaut es so aus, man findet eigentlich keinen kerngesunden Menschen, der über längere Zeiträume schlecht schläft. Und umgekehrt findet man keinen Kranken oder Menschen mit Gesundheitsstörungen, die wirklich gut schlafen. Also man sieht ja schon die Zusammenhänge. Einerseits ist die Schlafstörung ein Begleitsymptom vieler Krankheiten. Andererseits löst die Schlafstörung viele Krankheiten auch aus. Die Universität Surrey hat eine Untersuchung gemacht und da zeigt sich, dass Stressreaktionen zu Entzündungen führen können, zu absolutem Schlafmangel auch. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu dieser Untersuchung? Ja, ja, also man weiß das natürlich auch seit Längerem. Der Schlaf hat einen enorm großen Einfluss auf unser Immunsystem. Gerade während dem Tiefschlaf werden sogenannte immunstarke Regulatoren ausgeschüttet. Und die sind ganz wichtig, um das Abwehrsystem auszubalancieren und auch zu stärken. Und die Studien, die man immer wieder macht an verschiedenen Universitäten, kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis. Und man weiß heute eigentlich, dass sogar der Schlaf, vor allem der Schlafmangel, unsere Gene beeinflusst. Also das heißt, etwa drei Prozent unserer Gene, das sind gut 700, werden über Schlafmangel entweder zu früh eingeschaltet oder zu spät abgeschaltet. Also es kommt hier zu Unregelmäßigkeiten, die sich unter anderem eben in entzündlichen Prozessen auswirken. Seit 30 Jahren befassen Sie sich mit dem Thema Schlaf. Welche Gesundheitsprobleme kann man da oder wenn man bestehende Gesundheitsprobleme hat beim Thema Schlafstörungen? Wie wirkt sich das aus? Wie spürt man das? Was zeigt sich da? Ja, also wir spüren ja schon, wenn ein Infekt im Anzug ist, kann sich also grippeähnliche Zustände, dann merken wir ja selber, einerseits sind wir sehr müde, haben also ein erhöhtes Schlafbedürfnis, andererseits tun wir uns sehr schwer zu schlafen. Das heißt also genau diese Regulationsprozesse, die bei gesunden Menschen gut funktionieren, die funktionieren im Krankheitsfall entsprechend schlecht, beziehungsweise muss man die entsprechend auch begleiten. Und das ist ja auch die Idee, dass künftig sich speziell auch die Hausärzte, die Therapeuten, die Heilpraktiker mehr mit dem Schlaf auseinandersetzen, weil der gesunde Schlaf ist einer der besten Heiler. Im Schlaf setzen wir sozusagen unsere Selbstheilungskräfte frei und nur wenn wir uns darum kümmern, kann das auch geschehen. Tun das die Ärzte auch oder eben die Therapeuten? Leider viel zu wenig. Das heißt also wir wissen, es findet ein relativ großer Missbrauch an Schlafmitteln statt. Das heißt also hier wird aus Sicht der ganzheitlichen Medizin der Rezeptblock oft viel zu früh gezückt. Und wir wissen ja auch, die Schlafmedikation kann nur eine vorübergehende temporäre Lösung sein. Und die Empfehlung lautet ja, Schlafmittel sollte man nie länger als drei, vier Wochen einnehmen. Das zusätzlich nicht ohne ärztliche Aufsicht. Und es ist gerade vor zehn Tagen eine offizielle Statistik über Schlafmittelmissbrauch in Deutschland veröffentlicht worden. Das Magazin Die Zeit hat aufgedeckt, dass also allein in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen abhängig sind von Schlafmedikamenten. Und das ist natürlich kein guter Zustand. Das wird Ihnen verschrieben oder es wird halt dann auch genommen. Es gibt ja Forschungsergebnisse, die auch wirklich belegen. Also wenn man sich mit dem Thema mehr befassen würde, wenn man mehr auf den Schlaf auch eingehen würde in der Untersuchung, dann würde sich natürlich das positiv auswirken. Ja, also gerade was die ärztliche Kunst anbelangt, ist natürlich schon in der Ausbildung, da sind immer wieder ein Thema, wie man hört, dass die Ärzte sich mit der Chronobiologie zunehmend auseinandersetzen. Wir wissen ja heute ganz genau, dass Medikamente zu unterschiedlichen Tageszeiten eingenommen, andere Wirkungen haben. Und deshalb natürlich Medikamente, die man am Abend einnimmt und die dann sozusagen im Schlaf wirken, auch andere Mechanismen entwickeln. Und es gibt eine Studie, die diesen Mechanismus ganz einfach darstellt. Die sogenannte Lübeck-Studie. Die Universität, also Medizinische Universität zu Lübeck, hat einen Versuch gemacht mit Versuchspersonen. Denen hat man im Grunde genommen einen Impfstoff verabreicht gegen Hepatitis A. Die Hepatitis ist eine Leberentzündung und die wird meistens sozusagen eingefangen, unter Anführungszeichen, in Ländern, wo die Hygienebestimmungen und auch die Zustände nicht optimal sind, also über Viren übertragen. Und man hat also zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe konnte sofort nach der Impfung schlafen und die zweite Gruppe wurde 24 Stunden wachgehalten. Also die konnte dann erst nach 24 Stunden schlafen. Ja, und das Ergebnis war mehr als überraschend. Das heißt also, wo man den sogenannten Antikörpertest gemacht hat, hat die Gruppe, die gleich geschlafen hat, 50 Prozent mehr Antikörper gebildet als die Gruppe, die nicht geschlafen hat. Also man sieht aus diesem einfachen Beispiel, was der Schlaf alles ausmacht. Kommen wir noch einmal zu den Ärzten und Therapeuten zurück und zum Patienten. Das heißt, die Ärzte oder Therapeuten wären gut beraten, wenn Sie den Patienten danach auch fragen, ob es eine Schlafgewohnheit, ob er Schlafstörungen hat und so weiter. Genau, also der richtige Weg wäre, speziell in einer ganzheitlichen Therapie, den Schlaf des Patienten sowohl in der Diagnostik als dann auch später in der Therapie mit aufzunehmen. Das heißt, wie Sie richtig sagen, der Patient muss ausführlich befragt werden über seine Schlafgewohnheiten, über mögliche Schlafstörungen, über auch die Möglichkeit eines Schlafdefizits. Und dann in weiterer Folge, wenn der Arzt die Ursachen der Beschwerden herausgefunden hat, natürlich den Schlaf auch in der Therapie mit zu berücksichtigen. Also wirklich die Menschen zu motivieren, etwas für ihren gesunden Schlaf zu tun. Und die Schlafhygieneregeln, die ja aus der Schlafmedizin und Schlafpsychologie kommen, sind ja den meisten Ärzten bekannt. Und deshalb ist es schon oft verwunderlich, wenn man feststellt und mit Patienten redet, dass die eigentlich, wenn sie beim Arzt sind, das Thema Schlaf selber nicht ansprechen, aber auch der Arzt sie nicht danach fragt. Sie ziehen ja auch immer wieder Forschungsergebnisse von Tieren oder die man mit Tieren gemacht hat, heran, auch in ihren Beispielen. Wie ist das eigentlich da? Ja, also das ist ja auch immer sehr interessant. Natürlich speziell die Säugetiere, die ja mit uns sehr nahe sind genetisch. Da hat beispielsweise das Max-Planck-Institut in Leipzig, also die Zoologie, hat beobachtet Schafe, Meerschweinchen und so weiter. Und man hat also festgestellt, die Tiere, die ausreichend schlafen, sind weniger von Störungen entsprechend betroffen. Und was natürlich auch sehr auffallend war, der Parasitenbefall war bei Tieren, die lange genug geschlafen haben, entsprechend geringer. Das heißt also, wenn man Tiere künstlich wach hält, dann verändert sich natürlich auch beim Tier, so wie bei uns Menschen, das Immunsystem und es kommt viel schneller zu entzündlichen Prozessen, es kommt zu Infektionen und alle diese Dinge haben eben mit dem Schlaf sehr viel zu tun. Also wenn wir das jetzt zusammenfassen, das heißt, wenn Sie Ärzte, Therapeuten mit den Patienten ausführlicher bei Problemen oder Gesundheitsproblemen auch über das Thema Schlaf unterhalten würden, könnte man einiges an Problemen, glaube ich, auch besser lösen. Das ist aber ein Punkt, den wir haben und wichtige Rolle wie immer, wie Sie es auch immer wieder sagen, ist, dass man einfach genügend Schlaf hat. Genau, also man kann es natürlich jetzt auch von der anderen Seite her aufziehen. Das heißt also, dass man sozusagen auch die Betroffenen motiviert, das sind die Patienten, dass wenn sie Schlafstörungen haben, dass wenn sie einfach selber merken, dass mit ihrem Schlaf etwas nicht in Ordnung ist, dass sie das mit ihrem Arzt besprechen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung und würde den Heilprozess in jedem Fall, egal um welches Problem es sich handelt, positiv unterstützen. Das heißt also, die ärztliche Kunst und auch die Therapie aus verschiedenen Fachrichtungen könnte durch eine Schlafoptimierung weiter verbessert werden, weil sehr oft natürlich der Schlafmangel, die Schlafstörung führt zu Energieblockaden im Patienten und führt dann eben auch zu den gefürchteten Therapieresistenzen, die ja immer häufiger auftreten und das hat eben auch sehr viel mit dem Schlaf zu tun. Steht auch alles auf unserer Seite einfachgesundschlafen.com. Genau, also das ist auch etwas, was ich immer propagiere. Das erste ist Wissen sammeln, also zu wissen, wie funktioniert der Schlaf und sich dann mit dem eigenen Schlaf auseinanderzusetzen und mögliche Defizite auszugleichen. Und natürlich, ich habe mich in den letzten 30 Jahren vor allem mit dem naturkonformen Schlaf beschäftigt, sozusagen die Intelligenz und Weisheit der Natur für einen besseren Schlaf zu nutzen. Daraus sind ja die bekannten Schlaf-Gesund-Konzepte entstanden und das ist natürlich empfehlenswert, wenn die Menschen sich damit auseinandersetzen. Andere Frage, stimmt es, dass Schichtarbeit oder solche Leute, die in der Nacht arbeiten, ungesünder leben, weil der Schlafrhythmus nicht passt? Genau, also die Schichtarbeiter und die Nachtarbeiter, für die Betroffenen ist das natürlich immer eine große Herausforderung, aber sie sind eigentlich ein gutes Beispiel, an dem man sieht, was Schicht und Nachtarbeit an der Gesundheit ausmacht. Und es sind viele Beschwerden im gesundheitlichen Bereich eins zu eins damit zusammenzubringen, dass es eben mit Schicht und Nachtarbeit zusammenhängt. Dann ist das ein gutes Stichwort, da könnten wir beim nächsten Thema darüber reden. Gerne. Danke für die Information.